Magni gegen Jaina Ich wende mal den Zug Oh Mist Komm mach den Feuerball Okay, gut Dann kam schon mal nichts Schlimmeres So Oh toll Ich zieh den so oft früh im Spiel Das ist echt verrückt Kann ich den nicht in Runde 8 ziehen Beispielsweise oder in diesem Fall in Runde 7 Mh Mano Wir haben zumindest eine Karte, die Schaden verursacht Schon mal Das ist ja ganz nett Vielleicht können wir damit ja tatsächlich was reißen Ich spiele dich Ich greife dich einmal direkt an Die Spinne will nur kuscheln Und wer wird jetzt wahrscheinlich den Feuerball Wer wird den Feuerball werfen? Na kommt drauf an, was ist von der Karte? Vielleicht besiegt er auch alle Oh, oder er gibt mir nur eine Karte Das ist okay Und jetzt die zwei kleinen Spinnen Na, das ist alles noch okay Zwei kleine Spinnis zu angreifen Den Yeti kann ich spielen Jo Sieht ja bisher gar nicht mal so schlimm aus Sie wollen beide einmal von links und von rechts kuscheln Fertig So Jetzt wo ich mir gemerkt habe, dass sich das nicht stapeln kann Toll, habe ich ein Schaf aus meinem Yeti bekommen Das sah vorher irgendwie vorsteinflößender aus Mh Ich glaube ich spiele die Waffe Weil mehr Auswahl habe ich nicht Und hau mir dann noch das Schild drauf Den Schild drauf Pardon So, greif dich mit allem an, was ich habe Absoluter Minimalschaden Oh Mann Wenigstens wurde er einmal von meiner Wattewolle umflauscht Und hat dadurch einen Schadenspunkt bekommen Ich bin unglaublich stolz auf mich Läuft alles nicht so gut wie geplant Komm, ich brauche doch nur noch den Siegel Um erstmal wieder auf den Rang zu kommen Den ich vorhin verloren habe Okay Oh Lass sie an Hm Interessant, interessant Wir haben nochmal die Waffe gekriegt Das ist eigentlich ganz cool Im nächsten Zug können wir ihn spielen Das ist echt geil Ich glaube ich mach das auch Ich geb mir mal die Ich hab vor allem kein Monster gescheit zum Spielen Das ist traurig Ich geb mir die Rüstung Greif dich damit an Und beende den Zug Das gibt's doch nicht was Entweder sammelt der gerade eine riesige Kombo Um mich in einem Zug platt zu walzen Was ich ziemlich hässlich finden würde Und wahrscheinlich passiert sowas Mist, Zauberstand plus 1 geht schon schlecht los Okay Wir kommen auf 3 Schaden 13 Schaden 13 Schaden 19 Ah, es geht um einen Schadenspunkt nicht auf Das kann doch nicht sein Hm Das gibt's nicht Das gibt es nicht Das ist so bitter Hm Nun gut, ich greif erstmal dich an Das ist okay Vernichte dich Spiel die Waffe nochmal neu Ich glaube ich geb mir selber jetzt den Angriffsbonus dazu Und greif dann an Ja Einmal so Ich bin so dumm Ich hab doch schon Das war ein Fehler Ich muss mich besser konzentrieren Ob ich noch angreifen kann oder nicht Jetzt hab ich gerade 4 Angriff in den Sand gesetzt Oh Mann Ich höre Wie eure ganzen Hände gerade gegen eure Stirn knallen Das ist so schlimm Das hört sich an wie Applaus Aber leider ist es keiner Ach Ist das zum Schreien Okay Mist Das ist so ärgerlich gewesen gerade Okay Ähm Zieh ich ne Karte durch dich? Ja Obwohl Ach ich spiel einfach dich normal Was soll ich schon passieren? Hau mir einen Schadenspunkt drauf Und greif dich jetzt einmal direkt an Und beende den Zug Mäh Ich komm gerade nicht drüber hinweg Dass ich Wisst ihr Ich hätte diesen Ogre jetzt zum Beispiel damit platt machen können Hätte ich es nicht versemmelt Das ist echt traurig Und jetzt hab ich ein Schaf mehr Ja Sowas ist absehbar Autschi Na gut Würde ich gerne was ziehen Was einen vernichteten Äh Verletzten Diener vernichtet Oh ich kann Spalten zweimal spielen Okay Das ist immerhin ein Anfang Mh Beutehamsterer Spiele ich den vorher um ne Karte zu ziehen Ist jetzt die Frage 2 2 2 2 2 Dann hat der 1 Ne Das mach ich nicht Ich spiel aber trotzdem zweimal Spalten Okay Ähm Ich hab noch genug Mana um beides zu spielen Jetzt zieh Ja Genau Okay Ich geb mir die Rüstung Mach einen Angriff Jetzt hab ich hier Übers zu fischeln Ach ist das Dumm Das ist echt So schlimm Oh Das hätten wir schon längst In der Tasche haben können Das Match Mist Das ist schon mal wieder ätzend Ja Und dass er jetzt Karten zieht Gefällt mir auch nicht Dann hat er noch unglaublich viel Mana übrig Um sowas zum Beispiel zu spielen Der ist ziemlich uncool Gut Wie sieht's aus Ich spiel einmal dich Ich spiel einmal dich Okidoki Äh Ich könnte den einmal angreifen Und das draufhauen Könnte ich nicht Ja ich müsste mich Spott angreifen Ja ich bin auch etwas genervt davon Es tut mir leid Magni Ähm Ich mach den Blatt Ach Leute Das ist So schlimm Dass ich selber nicht Worte finde Um mich selber als dumm zu titulieren Nur noch 5 Leben Das gibt es nicht Und ich hakel hier rum Als wären es 30 Gut der ist weg Der ist auch weg Zieh mir was schön Danke 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 Bitte hab keinen Spotter Den du spielen kannst Und kein Geheimnis Was dich vom Tod bewahrt Bitte Wenn du schon dabei bist Für den König Okay Damit kann ich noch leben Oh Herrgott Sakra Das hätte ich nicht gedacht Dass wir das noch reißen Danke Leeroy Gut gespielt Und weg Leute es tut mir leid Den Sieg hab ich eigentlich nicht verdient Gut Das heißt beim nächsten Mal Wenn wir gewinnen Hätten wir es Ah Was krieg ich beim nächsten Mal Oh Stufe 20 erst Na gut Dann würde ich sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal Und bis dahin Euer Elik Was ein Krampf Und bis dahin